Wenn wir mal ganz ehrlich sind, muss man festhalten, dass Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der zweite Teil, und Harry Potter und der Stein des Weisens, der Vorgängerfilm, schon irgendwo dieselben Filme sind. Es ist doch wieder einmal so der Mystery-Detective-Schnitzeljagd-Plot. Es ist wieder einmal die Regie, die Chris Columbus übernommen hat. Es gibt wieder so eine Art Red Herring mit einem Bösewicht, der dann doch nicht der Bösewicht ist, von dem man erwartet hat, dass es der Bösewicht ist. Es geht wieder ganz stark darum, die Welt zu etablieren, die Welt mehr auszufleischen. Und all das müsste doch eigentlich bedeuten, es ist nur ein billiger Abklatsch. Es ist nicht so gut wie der Vorgänger. Und jetzt habe ich die Kammer des Schreckens, die übrigens verblüffenderweise zweieinhalb fucking Stunden lang ist, endlich mal wieder geguckt, seit wirklich langer Zeit. Den habe ich irgendwie immer so ausgelassen, wenn ich die Harry Potter-Filme geguckt habe. und muss sagen, der hat mir besser gefallen als der Stein der Weisen. Dazu muss man aber natürlich erst mal wieder sagen, das hatten wir gestern schon beim Stein der Weisen, es ist halt wieder ein Kinderfilm. Und mehr denn je, muss ich sagen, schwankt hier wieder die Glaubwürdigkeit des Plots, nicht unbedingt der Welt, immer mal wieder, wo es beim Stein der Weisen so war, dass es oft Momente gab, wo ich sage, ich glaube das jetzt nicht so, ich kaufe das euch jetzt nicht ab, das ist mir nicht glaubwürdig genug geschrieben, war es dort aber immer noch auf so einem grundsätzlich okayen Niveau, dass ich dann doch immer noch sagen konnte, ich habe euch das als Kind abgekauft. Und der Elfjährige in mir sagt, okay, okay, macht nur, macht nur. Und da ist es jetzt bei Kammer des Schreckens verblüffenderweise in Momenten so, dass ich denke, das ist jetzt wirklich cool gelöst, da habt ihr eine coole Idee gehabt, das ist sinnvoll miteinander verbunden, ich glaube euch das. Aber auf der anderen Seite ist es wiederum so, dass es Momente gibt, von denen ich überhaupt nicht mehr verstehe, warum die jetzt im Film sind. Und noch schlimmer, dann sind sie nicht mal so gut in den Plot des Films eingearbeitet, als dass ich eine letztliche Rechtfertigung dieser Dinge im Plot sehe. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass Plotholes oder seinesgleichen entstehen. Was ich lediglich sagen will ist, ich finde, dass es Drehbuchautor Steve Kloves, nennt er sich glaube ich, der auch schon für den ersten verantwortlich war, es nicht so 100% geschafft hat, mir als Zuschauer, als jetzigen 25-jährigen Zuschauer, der den Film wieder guckt, teilweise Momente zu verkaufen, bei denen ich sage, ich verstehe, warum das im Film sein muss. Und es ist cool, dass ihr das genauso geschrieben habt. Zum Beispiel gibt es unheimlich viele episodenartige Erzählstränge, die überhaupt keinen Payoff haben, sondern einfach nur da sind, um schnell was zu etablieren, damit der Plot voranschreiten kann. Sei es jetzt der Duellanten-Club, wo Harry Potter gegen Draco Malfoy kämpfen muss. Und die Pointe der kompletten Szene, die locker irgendwie 4, 5, 6 Minuten im Film einnimmt, ist, Harry Potter ist Paselmund und er kann mit Schlangen sprechen. Das hatten wir so schon im ersten Teil grob etabliert. Und es gibt ganz viele solcher Scenen. Und das lässt mich in der Konklusion glauben, auch wenn ich Harry Potter und die Kammer des Schreckens, den Roman, in meiner Kindheit gelesen habe, ist das für mich jetzt schon, es wird interessant sein zu beobachten, wie das in Zukunft ist, ist das für mich der Film, der sich am meisten wie ein Buch anfühlt? Vor allem im zweiten Akt, wenn es dann nach Hogwarts geht, gibt es so viele episodenartige Erzählstränge, die sich einfach wirklich anfühlen wie ein komplettes Buchkapitel über 20, 30 Seiten. Aber wenn man es dann zusammendampft und die ganzen inneren Monologe rausnimmt, dann ist es halt eben nur noch eine 5-minütige Erzählung jeweils. Und das merkt man. Und das streckt den Film unheimlich. Und es gibt unheimlich viele Sequenzen, bei denen ich wirklich einfach nur denke, so, dass, also, ein smarter Drehbuchautor, und ich glaube, wir kommen da noch drauf im Laufe der Harry Potter-Reihe, ein smarter Drehbuchautor nimmt sich diese ganzen Erzählstränge, auch wenn sie cool sind und voller Ideen stecken, wie immer, und matscht die zu einer, zu zwei, zu drei Schlüsselmomenten zusammen und macht aus einem zweieinhalb Stünder einen Zweistünder. Und dann ist das Ding auch wieder geil. In den einzelnen Momenten gibt es dann auch wieder solche Sachen, wo ich sage, ja, das sind halt Kinderfilme. Und ich finde, das muss ich jetzt ganz ehrlich im Nachhinein dann sagen, das beschädigt den Mythos Harry Potter für mich so ein kleines bisschen, das ist so ein kleiner Kratzer, weil ich einfach sage, Star Wars ist ein Film für Kinder, der erste Star Wars-Film. Aber der ist zeitlos, zeitlos und gut und glaubwürdig erzählt. Und wenn man hier an die ersten beiden Harry Potter-Filme, die ja so ein bisschen wie ein Film wirken, und das habe ich als Kind schon gemerkt, dass die irgendwie anders sind und alles, was danach kam, sich so erwachsener, aber auch anspruchsvoller anfühlte. Und wenn man die, wenn man da noch so ein bisschen mehr Eleganz in die Narration packt, dann sind das großartige Filme, weil die Zutaten sind da. Dazu kommt, das kann man ja auch noch sagen, es ist bei weitem kein schlechter Film. Was gefällt mir an dem Film besser als am Vorgänger? Das habe ich ja auch schon gesagt. Wie gesagt, er ist zwar, teilweise ist er etwas schlechter, aber in seinen guten Momenten ist er viel besser. Mir gefällt zum Beispiel der Mystery-Plot um den Basilisken, um die Kammer des Schreckens mehr, weil das halt ein geiles Worldbuilding einfach ist. Dann haben wir zum ersten Mal mit Voldemort zu tun, auch wenn dieses ganze Mysterium um dieses Tagebuch und wie funktioniert das jetzt genau, das wird nie so wirklich erklärt. Und ich musste dann tatsächlich auf Pottermore und dem Harry Potter Wikipedias nachlesen, weil ich dann letztlich nicht kapiert habe, was da jetzt exakt passiert, warum jetzt die Welt so und so gerade sich verhält. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Vor allem, wenn du zweieinhalb Stunden hast und dann deine Zeit teilweise für Nonsens irgendwie, also Nonsens ist jetzt hart ausgedrückt, immer noch für coole Visuals und coole Ideen opferst, aber trotzdem irgendwie Dinge, die verpuffen, die verpuffen im Wind. Dazu kommt, dass Chris Columbus irgendwie gefühlt was anderes machen wollte, visuell ein bisschen interessanter sein wollte. Und der Film arbeitet sehr aufdringlich mit einer verwinkelten Kameraperspektive. Also die dreht sich dann ganz oft so. Und wenn wir jetzt mal ganz theoretisch das runterbrechen auf Gefühle oder unterschwelligen Subtext, was das suggerieren soll, dann geht es dabei meistens um etwas so traumartig oder verwirrend oder irgendwie einen Konflikt zu etablieren. Das wird meistens symbolisiert durch eine verwinkelte Kamera. Und wenn man mal darauf achtet, wann jetzt die verwinkelte Kamera eingesetzt wird, ist es selten was davon. Und ich bin nicht so ganz durchgestiegen. Ich will jetzt Chris Columbus bei weitem nicht unterstellen, dass das ultra kacke ist oder dumm. Es ist nur für einen 25-Jährigen, der sich doch ordentlich mit Film beschäftigt, nicht so ganz ersichtlich, was es damit jetzt auf sich hat. Und vor allem gibt es ja dann sogar eine Art Traumsequenz in dem Film, wenn Harry Potter in das Tagebuch von Tom Riddle reingezogen wird. Und da gibt es keine einzelne, also soweit ich das gesehen habe, keine einzige verwinkelte Kameraeinstellung. Und da dachte ich echt so, was hat es jetzt damit auf sich? Ist es jetzt wirklich nur so, oh komm, wir machen was Cooles, wir machen was anderes? Oder war da noch mehr dahinter? Ansonsten habe ich so viel mehr eigentlich nicht zu sagen. Das ist das Praktische, weil viel von dem, was auf dem Steiner Weisen zutraf, trifft auch jetzt auf die Kammer des Schreckens zu. Zu viel Worldbuilding. Es gibt ein bisschen mehr Arbeit für die Charaktere, vor allem für Harry, der teilweise Entscheidungen treffen muss. Erzählt er jetzt von Geheimnissen Dumbledore oder verheimlicht er es ihm? Das sind coole Elemente, die besser sind als im Steiner Weisen. Wie gesagt, der Detective-Plot gefällt mir besser mit der Kammer des Schreckens und dem Basilisken. Aber ansonsten ist es auch teilweise, teilweise ist es wieder ein bisschen so ein Spoof-Movie. Jason Isaacs spielt den Lucius Malfoy so over the top, dass es wirklich mittlerweile schon fast wie eine Satire wirkt. So ein bisschen. Und vor allem, ich habe das erste Mal gecheckt jetzt, dass am Ende des Films, Achtung, geringer Spoiler, am Ende des Films, wenn sich Lucius Malfoy und Harry Potter wieder treffen, will Lucius Malfoy Harry Potter töten. Also er fängt an und sagt, Avada, und wir müssen ja jetzt, weil wir die Filme alle kennen, Avada Kedavra ist der Todesflug. Das heißt, Lucius Malfoy wollte Harry Potter vor dem Büro von Dumbledore umbringen. Dobby kann man dazu noch erwähnen. Ein toller Charakter, der eben nicht nur zum Selbstzweck eingeführt wurde, der eine coole, durchgehende Motivation hat, immer wieder im Plot zu erscheinen und den Plot auch ein Stück triggert und eine gute Entscheidung, eine gute Entschuldigung sozusagen dafür ist. manche Szenen halt einfach so auszubauen, sag ich mal, sodass er jetzt derjenige ist, der das Schloss zum Hogwarts-Express verschließt und dann kommt es dazu, dass sie mit dem Auto wegfliegen müssen, was natürlich als Kind eine ultrageile Szene war und solche Sachen, dass er hier den Ball beim, ist es der Klatscher, den Klatscher beim Quidditch-Spiel verzaubert und so. Das macht alles Spaß, aber es ist einfach zu viel Selbstzweck und dafür, dass es zu viel Selbstzweck ist, geht der Film dann halt einfach viel zu lang und das ist krass. Trotzdem hat mir der Film auf irgendeinem Niveau mehr Spaß gemacht als sein Vorgänger. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich die Kammer des Schreckens als Kind auch irgendwie viel öfter gesehen und viel lieber geguckt habe, warum auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht auch deshalb noch so das kindliche Gefühl, das in mir hochkommt, weil viele Lines, die gesagt werden, so in meinem Kopf gebrannt, gebrannt magt sind, allein wenn Ron sein Gesicht verzieht, wenn er Spinnen sieht und so, das sind Sachen, die ich nie wieder aus dem Kopf rauskriegen werde. Dementsprechend will ich es jetzt dabei belassen und sagen, wir treffen uns zum Gefangenen von Azkaban wieder, morgen. Bis dahin verbleibe ich bei die Kammer des Schreckens bei erneuten 6 von 10 Punkten, auch wenn es auf dem Papier dieselbe Punktzahl ist, kann ich mit Stolz behaupten, dass ich ihn trotzdem ein Stück weit besser finde. Dann wären wir jetzt vielleicht sogar fast schon bei einer 7, aber das ist es für mich noch nicht ganz. Dafür ist es noch zu spoofy, zu verspielt und einfach nicht fokussiert genug, aber morgen, Kindlein, ihr Kinder, morgen, ihr Kinder, wird es was geben, sagt man das so. Schauen wir einfach mal. Auf Wiedersehen und bis dann. Schauen wir einfach mal. Untertitelung des ZDF, 2020